Musik Die Techniker, die bei Herrn Schmidt an der Hochschule unterwegs sind, die haben schon eine ganze Menge gelernt und lernen dann einfach weiter. Und in den letzten, wenn man es weit fasst, 40 Jahren hat sich ja das Berufs- und das Ausbildungsleben entsprechend stark verändert. Weg von, ich mache mal eine Ausbildung und dann arbeite ich erstmal und dann gucke ich, wie es weitergeht, hin zu, wir haben es bei Ihnen zum Beispiel vorhin im Beitrag gehört, großen Plänen, großen Aussichten auf Leitern und auch dem Druck von außen, immer wieder dazuzulernen, sich immer wieder anzupassen und immer wieder mitzukommen mit der Gesellschaft. Und als nächstes wird hier vortragen Dr. Jens Prager, ist studierter Wirtschaftswissenschaftler, hat zunächst im Consulting gearbeitet und dann in der gemeinnützigen Politikberatung der Bertelsmann Stiftung und ist dort Direktor des Programms Zukunft der Beschäftigung geworden, hat sich also damit beschäftigt, wie sich die Arbeitswelt weiterentwickeln wird und muss und hat dort dann auch den Geschäftsbereich Learning Solutions übernommen. Und er ist heute geschäftsführender Direktor des C3L, Center für lebenslanges Lernen an der Universität in Oldenburg. Herr Dr. Prager, Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, ich freue mich erstmal sehr über die Einladung hierhin und möchte es nicht versäumen, am Anfang etwas zu tun, was mir irgendwie über den Vormittag zum inneren Bedürfnis wurde. Mich nämlich bei dem Veranstalter hier vor Ort zu bedanken und auch zu würdigen, was die jungen Männer hier an den Kameras leisten. Ich habe den Eindruck, wenn es da so etwas gibt wie berufsbedingte Gesundheitsprobleme, dann könnten es Rückenschäden werden, wenn man so lange steht und hier wirklich hart arbeitet. Also ich finde, Sie machen das ganz toll. Vielen Dank dafür. Ich möchte eigentlich auf dem aufsetzen, was Herr Professor Schmidt gerade schon dargestellt hat. Ich möchte das Thema Durchlässigkeit und Anerkennung als eine der zentralen Voraussetzungen für lebenslanges Lernen in den Fokus meines Vortrages stellen. Ich möchte sozusagen Ihnen im ersten Schritt meine innere Betroffenheit dadurch zeigen, dass ich Ihnen in wenigen Folien zeige, was macht denn das Center für lebenslanges Lernen in Oldenburg, damit Sie den Background einordnen können. Ich würde dann übergehen nochmal zu dem Thema, was wir heute aus verschiedenen Facetten beleuchtet haben. Wie ist denn eigentlich die Kopplung zwischen der beruflichen Bildung auf der einen Seite und der wissenschaftlichen Weiterbildung auf der anderen Seite, um dann etwas abstrakter, als es Herr Professor Schmidt gerade an dem konkreten Einzelfall tat, nochmal darzustellen, welche Anrechnungsmodelle gibt es denn überhaupt, über die wir reden. Vielleicht ist das auch eine ganz schöne Überleitung dann zu der anschließenden Podiumsdiskussion, um einfach die Bandbreite zu zeigen. Um da jetzt nicht zum völligen Theoretisierer zu werden, würde ich Ihnen einen kleinen Einblick geben in die konkrete Anrechnungspraxis auf der Basis einer kleinen Ministudie, die wir gerade für das BMBF durchführen. Das C3L, also das Center für lebenslanges Lernen, ist gegründet worden 2006 in Oldenburg als ein Zusammenschluss mehrerer Vorläuferinstitutionen, man könnte auch sagen als das Ergebnis mehrerer freiwilliger Zwangsfusionierungen, die letztendlich zurückreichen bis in das Jahr der Gründung der Uni Oldenburg, das heißt 1974. Also seitdem gibt es diverse Einrichtungen, die sich mit wissenschaftlicher Weiterbildung auseinandersetzen. Das C3L, so wie es heute besteht, eben 2006 entstanden und im Jahr 2011, wo all diejenigen, die jetzt ein bisschen länger dabei sind als ich, auch sehr stolz drauf sind, auf einem eigenen Lifelong Learning Campus in Oldenburg beheimatet. Das heißt, wir haben die Weiterbildungsbereiche aus den Fakultäten, insbesondere bei uns aus der Fakultät 1, Bildungswissenschaften, zusammen mit der wissenschaftlichen Weiterbildung C3L auf einem Campus zusammengebracht, der speziell eingerichtete Räume hat, um unseren berufsbegleitenden Studierenden da auch einen, sag ich mal, angemessenen, angenehmen Rahmen zu schaffen. Wir sind heute mit knapp 70 Mitarbeitenden eines der größten Zentren für wissenschaftliche Weiterbildung in Deutschland und mit gesundem Selbstbewusstsein, aber auch sozusagen in einem kritischen Diskurs damit, wie uns andere wahrnehmen. Ich glaube, ich kann man schon sagen, dass wir zu den Vorreitern gehören bei Fragen des lebenslangen Lernens, aber insbesondere auch bei der Etablierung innovativer Lehr-Lern-Formate, weil bei uns alle berufsbegleitenden Studiengänge als Blended Learnings ausgestaltet sind. Das heißt, die Studierenden sind nur einen geringen Teil in Präsenz in Oldenburg und lernen den restlichen Teil IT-unterstützt aus der Ferne. Und wir haben eine besondere Kompetenz in dem Bereich Entwicklung und Anwendung von Anrechnungsverfahren. Der Name Wolfgang Müsken sagt den Eingeweihten unter Ihnen bestimmt eine ganze Menge, der das Kompetenzzentrum für Anerkennungsfragen in Niedersachsen bei uns begründet hat und leitet. Was sind unsere Angebote? Wir haben insgesamt sechs berufsbegleitende Studiengänge, zwei Bachelorstudiengänge und vier Masterstudiengänge und haben darüber hinaus im Prinzip das Angebot eines Vollsortimenters in der wissenschaftlichen Weiterbildung, um jetzt nicht gemischt Warenladen zu sagen. Wir haben also vier Kontaktstudiengänge, sieben Zertifikatsprogramme, haben zwei Ausbildungen in Psychotherapie, wo die Teilnehmenden am Ende mit der staatlichen Approbation abschließen. Wir organisieren im Auftrag der Uni Oldenburg die Kinder-Uni und das Gasthörstudium, machen also letztendlich wissenschaftliche Weiterbildung, wenn Sie so wollen, von 8 bis 88. Und in dem letzten Punkt sehen Sie noch einen Blick auf unsere Teilnehmendenzahlen. Wir haben also tagesaktuell 450 Teilnehmende in den Studiengängen, 80 in der psychotherapeutischen Ausbildung, haben in jedem Semester roundabout 550 Gasthörende und haben im Moment in all den Angeboten, die dann in die Breite der wissenschaftlichen Weiterbildung gehen, also Zertifikatskurse, haben wir im Moment knapp 500 Teilnehmende. Was heißt es denn jetzt aus Sicht des C3L oder der Uni Oldenburg? Was ist denn überhaupt lebenslanges und lebensbegleitendes Lernen? Was macht das für uns aus? Wir sind eine offene Hochschule, das heißt die Offenheit gegenüber heterogenen Studierenden. Es bedarf einer Gestaltung, das haben wir heute in mehreren Vorträgen schon gehört, der zu- und permanenten Übergänge, die Herr Professor Timmermann auch schon ansprach. Also Übergang ist irgendwie immer und gerade bei denen, die beruflich qualifiziert bei uns ein Studium aufnehmen, ist die Gestaltung dieses Übergangs von besonderer Bedeutung über spezifische Brückenkurse, Begleitung in der Einstiegsphase. Es braucht meines und unseres Erachtens wirklich eine qualitätsgesicherte Anrechnung, da ich das Thema gleich vertiefe, halte ich mich an dem Punkt jetzt kurz. Es braucht modular organisierte und flexible Studienformate. Die Redewendung des Tetris-Vergleichs, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen, das finde ich richtig gut. Es ist ein sehr gutes Bild und ermöglicht tatsächlich, glaube ich, an vielen Stellen genau das, was ich hiermit eigentlich adressiere, dass man einfach guckt, was ist für die Studiengänge gut machbar in Absprache mit den Fakultäten und wie kann man trotzdem den Besonderheiten derjenigen, die eben nicht auf dem klassischen Wege gekommen sind, gerecht werden. Und schließlich, wenn man überwiegend berufstätige Studierende hat, dann ist das schon noch ein bisschen was anderes, als wenn man die Vollzeitstudierenden hat. Und in unseren Studienangeboten nehmen wir darauf natürlich in besonderer Weise Rücksicht in der Gestaltung und Ausgestaltung des Studiums. Ich hatte schon gesagt, der Präsenzteil ist bei uns sehr überschaubar. Es geht also deutlich mehr um das Lernen aus der Ferne. Wir achten aber auch bei den Wochentagen der Präsenzen zum Beispiel auf das, was typischerweise unsere Zielgruppen machen. Einer unserer Studiengänge, Betriebswirtschaftslehre für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, für den wäre das jetzt geradezu aberwitzig, um nicht zu sagen tödlich, wenn wir da die Präsenzen freitags und samstags machen würden, weil das klassische Wettkampftage sind. Da haben wir dann die Präsenzen zum Wochenanfang, wo dann für die Sportlerinnen und Sportler eher Regenerationstage anstehen. Und das haben wir über alle Studiengänge so gemacht, sodass also bei uns die Studierenden nicht immer nur am Wochenende da sind. Fakt ist aber auch, dass insgesamt, und jetzt versuche ich mal so ein bisschen den Oldenburger Blick zu verlieren und aufs große Ganze zu gucken, dass Stand heute ja immer noch sehr wenig Berufsqualifizierte in der wissenschaftlichen Weiterbildung ankommen. Also wenn Sie gucken, wie groß der Anteil der beruflich Qualifizierten deutschlandweit ist, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, es sind zwei, drei Prozent von denen, die dürften, die dann wirklich ankommen. Das ist also deutlich verbesserungswürdig und das liegt, wir haben es in mehreren Vorträgen gehört, natürlich daran, dass wir das berufliche Bildungssystem auf der einen Seite haben, haben das System der akademischen Bildung, der wissenschaftlichen Weiterbildung auf der anderen Seite. Und in der Durchlässigkeit gibt es doch eine ganze Menge zu tun, und zwar auf zwei Ebenen. Das eine ist das, was der Vertreter der Hans-Böckler-Stiftung heute Vormittag ansprach, nämlich die vertikale Durchlässigkeit. Es gibt aber auch so etwas wie die, sag ich mal, strukturelle institutionelle Durchlässigkeit. Also wie bringt man das System Hochschule zusammen mit dem System berufliche Bildung? Und das, was da für eine systematische Kopplung sorgen kann, ist aus meiner Sicht ausschließlich der Blick auf die Kompetenzen und drängt damit sozusagen auch sofort die Frage danach auf, wie kann man denn die Kompetenzen, die in dem einen System erworben wurden, qualitätsgesichert in dem anderen System anrechnen? Und da würde ich jetzt den Ansatz von Herrn Professor Schmidt nehmen und sozusagen umrahmen mit dem Markt der Möglichkeiten, der da sonst noch gegeben ist. Also ganz allgemein unterscheiden sich die individuelle Anrechnung und die pauschale Anrechnung. Individuelle Anrechnung heißt, ein Studieninteressierter bewirbt sich bei uns in Oldenburg, bei der Hochschule in Aalen um einen Studienplatz und sagt, folgende Dinge habe ich in meinem bisherigen beruflichen und privaten Dasein geleistet. Der bringt dann Zertifikate mit, der bringt möglicherweise Projektberichte mit, aus denen man sehen kann, was hat er denn in seinem beruflichen Dasein sonst noch so gemacht, wo am Ende kein Zeugnis stand. Er zählt vielleicht auch noch nebenbei, was ihn sonst noch so umtreibt, sodass man da letztendlich relativ unstrukturiert, aber schon einen tieferen Blick auf die Person und das kriegt, was die Person mit sich rumbringt. Und dann gibt es die unterstützte Einzelfallentscheidung, die dann deutlich systematischer ablaufen kann, wo zum Beispiel jemand schon ein Portfolio mitbringt, in dem systematisch erfasst ist, was hat er denn bis jetzt gemacht und was hat er dabei letztendlich für Lernziele erreicht und welche Kompetenzen sind damit verknüpft. Bei der pauschalen Anrechnung, das ist das, was Herr Professor Schmidt gerade gezeigt hatte an dem Beispiel verkürzter Studiengang, wo also das Ziel darin besteht, qualitätsgesichert es zu schaffen, dass Leute, die eine bestimmte Art von Vorbildung haben, also zum Beispiel die Ausbildung zum Techniker, dass man da weiß, wenn ein Techniker kommt, kann ich für den direkt, wie in Ihrem Fall beispielsweise, zwei Semester anerkennen und damit das Studium verkürzen. Es gibt aber auch das Modell der höheren Einstufung, das heißt, dass Module vielleicht auch Semester dann noch angerechnet werden. Es gibt auch die Möglichkeit, Berufserfahrungen als Bachelor adäquat anzurechnen und zu sagen, ich sehe in diesem Projektbericht, was Sie da gemacht haben. Und letzter Fall, auf den gehe ich gleich auch noch kurz ein, ein Sonderfall, Ausgleich der Bachelor-Master-Lücke, was sich aus möglichen Differenzen bei den Kreditpunkten ergibt, kommt gleich noch im Detail. Der häufigste oder der Regelfall ist eigentlich die individuelle Anrechnung und da in aller Regel die Einzelfallentscheidung. Also das heißt, ein Studieninteressent stellt den Antrag auf Anrechnung einzelner Module. Das ist, die Modulebene ist sozusagen die, auf der man das tun kann. Und von den Hochschullehrenden wird das dann geprüft. und dabei werden dann am Ende in aller Regel Vorleistungen, die in anderen Hochschulen erbracht worden sind, auch außerhochschulisch erbrachte, formelle Leistungen anerkannt. Sehr selten werden non-formale und informell erworbene Kompetenzen angerechnet. Die unterstützte Einzelfallentscheidung, die also da schon eine ganz andere Systematik reinbringen würde, die insbesondere auf Portfolios fußt, steht erst am Anfang ihrer Geschichte, würde ich sagen, sodass da heute in der Praxis auch noch vergleichsweise wenig dieses Modell sich durchgesetzt hat. Einstufungsprüfungen, das kennen Sie alle, glaube ich, auch zu Genüge, dass das eine Alternative ist, die in dem individuellen Fall benutzt wird. Weitaus spannender, weil skalierbar, ist die pauschale Anrechnung, bei der, jetzt will ich es auch nicht zu sehr in die Breite ziehen, eben Module angerechnet werden können, bei der ganze Semester angerechnet werden können und bei dem eben, wie gerade schon beschrieben, auch Berufserfahrung als Bachelor adäquat angenommen werden kann und dann entsprechend angerechnet wird. Wenn, so wie im Fall von Herrn Professor Schmidt beschrieben, alle Studierenden einen bestimmten beruflichen Abschluss mitbringen, den auf einer vergleichbaren, wie soll ich sagen, im selben Bundesland erlangt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man aufgrund der Rahmenlehrpläne dann für all diejenigen anerkennen kann. Das haben wir glaube ich zur Genüge gehört. Jetzt noch der Sonderfall Ausgleich der Bachelor und Master Lücke. Also Studierende, die einen Bachelor Abschluss absolviert haben mit 180 Kreditpunkten, die haben dann ein Problem, wenn sie einen verkürzten Masterstudiengang durchlaufen wollen mit 60 oder 90 KP, weil die Vorgaben der Kultusministerkonferenz bedingen, dass man für beide Studiengänge insgesamt 300 Kreditpunkte hat. Und Hochschulen, die Bachelorabsolventinnen und Absolventen aufnehmen wollen und dann für oder mit dem Masterstudiengang letztendlich in der Summe eine zu geringe Kreditpunktsumme nur anbieten könnten. Die können das mit verschiedenen Angeboten ausgleichen. Man kann die Berufserfahrung, wenn sie in einem einschlägigen Beruf erreicht wurde oder erlangt wurde, pauschal mit bis zu 30 Kreditpunkten pro Jahr anrechnen und die fehlenden Kreditpunkte können auch über Brückenmodule gefüllt werden. Soweit die Theorie, was zeigt denn tatsächlich die Praxis? Meine Kollegen Willi Gierke und Wolfgang Müsgens, die lagen dem BMBF immer wieder in den Ohren mit ihren Anrechnungsmodellen und Verfahren, wo wir, glaube ich, gerade für Niedersachsen, also auch da schlägt natürlich dann das föderale System zu. In Niedersachsen sind wir mit dem, was wir an Anrechnung betreiben, glaube ich, ziemlich weit. Auf Bundesebene ist es aber noch schwierig, tatsächlich mal einen echten Einblick zu kriegen, wer macht denn was? Und da hat uns das BMBF im Ergebnis eine Mini-Studie beauftragt, zu sagen, analysiert doch bitte mal 100 Studiengänge deutschlandweit darauf, wie denn angerechnet wird für außerhochschulisch erworbene Kompetenzen. Und da haben meine Kollegen einen Blick geworfen in den Nexus-Anrechnungskompass, der beinhaltet 1250 Studiengänge in etwa und haben sich da die vier Studienfächer rausgesucht, mit denen von diesen 1250 mehr als 800 Studiengänge abgedeckt werden. Das ist die Pädagogik, die Informatik, die Elektrotechnik und die Wirtschaftswissenschaften und haben dann gesagt, weil durchaus auch eine interessante Forschungsfrage dabei ist, gibt es möglicherweise systematische Unterschiede in der Art, wie Anrechnung betrieben wird zwischen Universitäten, Fachhochschulen und privaten Hochschulen, machen wir uns nichts vor, das, was Herr Schmidt beschrieben hat, so eine pauschale Verkürzung des Studiengangs, hat ja unter Marketing-Gesichtspunkten für die privaten Hochschulen oder auch für uns, die wir ja Studien gegen Gebühren anbieten, hat natürlich auch ein Überzeugungsargument, dass sich jemand möglicherweise lieber anschreibt, wenn er weiß, er kriegt auch eine ganze Menge angerechnet und muss potenziell nicht so lange studieren. Also das war die zweite Frage, gibt es da möglicherweise systematische oder systembedingte Unterschiede? Und in dieser Zufallsstichprobe wurden dann aus den vier Fächern jeweils 25 Studiengänge gezogen, die, wann immer es möglich war, zu zehn, also in absoluter Zahl zehn aus einer Uni kamen, zehn aus einer Fachhochschule und fünf von einer privaten Hochschule. Das sozusagen als Rahmen ringsherum. und die Ergebnisse, bei denen allerdings zu berücksichtigen ist, dass da auch Mehrfachangaben drin sind, also wenn Sie jetzt meine Zahlen nicht mehr ganz zusammen kriegen, weil eben nicht alle nur eine Art von Anrechnung betreiben, sondern möglicherweise ja auch unterschiedliche Dinge nebeneinander betreiben. Das Bild ist aber trotzdem, glaube ich, auf den ersten Blick relativ klar. An den Unis wird weit überwiegend individuelle Anrechnung betrieben. Das heißt genau das, was ich eben geschrieben habe, häufig unsystematisch ohne Veröffentlichung der Anerkennungskriterien, ich sage mal in einem als Außenstehender würde man sagen closed shop, wird am Einzelfall entschieden und keiner weiß so richtig warum und wenn dann jemand versucht dagegen zu klagen, weil er irgendwie findet, das ist jetzt aber nicht so eine gute Idee, wird die Klage in aller Regel abgewiesen. Also total auffällig an den Unis überwiegend individuelle Anrechnung. Bei den Fachhochschulen mischt es sich schon etwas mehr, also da haben wir auch einen größeren Teil der individuellen Anrechnung, wir haben aber von den pauschalen Verfahren durchaus einige dann auch aufgrund der kleineren Fallzahl signifikant vertreten, nicht nur die pauschale Anrechnung, sondern eben auch die Frage einer Höhereinstufung vielmehr verbreitet und die größte Vielfalt findet sich bei den privaten Hochschulen und da überlasse ich es letztendlich Ihrer Interpretation, weil das, was ich tue, ist natürlich auch zu interpretieren, ich glaube aber, dass gerade bei den privaten Hochschulen natürlich noch viel mehr als bei den beiden anderen ein Interesse daran besteht, durch eine attraktive Art der Anrechnung auch Studierende zu attrahieren, damit trete ich, glaube ich, auch niemandem ungewollt auf die Füße, das liegt in der Natur der Sache. Als Fazit bliebe mir, dass nach meinem Erleben und als Vertreter einer wirklich großen Einrichtung für wissenschaftliche Weiterbildung aus meiner Sicht zu konstatieren ist, trotz aller propagierter Verzahnungen zwischen beruflicher Bildung und wissenschaftlicher Weiterbildung gibt es da also deutlich eine Lücke, die geschlossen werden muss unbedingt und wozu aus meiner Perspektive das Thema Anrechnungsverfahren, qualitätsgesicherte Anrechnungen die einzige geeignete Brücke ist, die ich sehe, die aber schwierig ist, weil wir eben festgestellt haben, also wenn sich bei uns jetzt jemand bewirbt aus Nordrhein-Westfalen, also ich selbst wohne in Gütersloh zum Beispiel, deshalb weiß ich in Bielefeld, das gibt es nicht nur, da halten auch ICEs und zwar viele, wenn sich aus Nordrhein-Westfalen jemand bewirbt, dann wissen wir eben nicht auf den ersten Blick, ist denn die Technikerausbildung dort mit der vergleichbar, die wir jetzt in Niedersachsen kennen, sodass es da eine ganze Menge noch zu tun gibt, wo aus meiner Sicht es eigentlich überfällig ist, dass man es versucht, die Anrechnungskompetenzen, die sich auf Bundesländerebene entwickeln, die bundesweit zu vernetzen, also mit der Förderlinie des BMBF, Aufstieg durch Bildung, offene Hochschulen, passiert das ja im Ansatz, ich glaube aber, dass man über solche Förderprogramme hinaus das jetzt auch weiter betreiben muss und ich hätte große Freude, wenn zumindest Niedersachsen und Baden-Württemberg mit dem heutigen Tage da auch schon mal, sag ich mal, den nächsten Schritt gegangen sind und freue mich darauf, falls Sie Fragen haben, zu versuchen, die zu beantworten und sonst gleich auf die Podiumsdiskussion. Danke. Bei der Anrechnungspraxis, wir haben vorhin mal kurz das Wort von den Ausbildungsberufen und den Quali-Bausteinen, fehlt da nicht irgendwo ein klares Konzept und eine klare Regelung, weil Sie haben jetzt eben noch mal angesprochen, es läuft dann immer wieder auf Individualprüfungen raus. Ja, aber ich glaube, das ist sozusagen der Pragmatismus, der dann Raum greift, dem sich die einzelne Hochschule unterwirft, weil nicht jede Uni in der Lage ist, ein eigenes Anrechnungskompetenzzentrum zu unterhalten, dafür auch Leute einzustellen, weil das ist ja im Einzelfall irgendwie durchaus aufwendig und wenn man es pauschal macht, ist es zumindest am Anfang extrem aufwendig, sodass ich glaube, da gilt es eher die Flanken zu schließen und sich zusammenzutun. An Konzepten ist da kein Mangel und an sozusagen rechtlichen Regelungen ist auch verdammt viel möglich, sondern es ist in erster Linie das Doing, was das Problem ist. Ich würde mich jetzt heute schwer tun, jemand, der die zehnte Klasse abschließt, zu sagen, okay, lieber Fachschule oder liebe Berufsausbildung, weil ich kann ihm gar nicht sagen, was ihm was bringt. Wie kann man da mehr Transparenz reinbringen? Ich glaube, das ist das, was wir heute auch im Vormittag schon hatten. Ich meine, da neige ich jetzt auch dazu, die pauschalen Dinge nochmal zu wiederholen. Und letztendlich ist da, gerade in diesem Alter, glaube ich, sind die Lehrer gefordert, weil die haben die Schüler zumindest ja über mehrere Jahre begleitet. Da, wo es geht, sind auch die Elternhäuser gefordert, zumindest die Kinder dahin zu begleiten, wo es dann richtige Beratung gibt. Und letztendlich ist es eine Mischung, glaube ich, aus guter Beratung und tatsächlich dem, was der Vertreter des Arbeitgeberverbandes vorhin auch angesprochen hatte, nämlich sehr authentisch Jugendliche, die eben eine schulische Ausbildung machen oder die eine duale Ausbildung machen, ihren Altersgenossen einfach zu berichten, was passiert denn da? Und für die Unis und Hochschulen ist es, glaube ich, die Kunst, sich in dieser Phase auch schon so zu positionieren, dass nicht all diejenigen, die sich aus gutem Grund, also auch die, die zum Beispiel eine formelle Hochschulzugangsberechtigung hätten, dass die sich nicht aus der Panik irgendwie, ich muss unbedingt studieren, weil jetzt alle studieren, sich gegen eine Ausbildung entscheiden, sondern eigentlich müssen wir es gemeinsam schaffen, uns so zu positionieren, dass man deutlich macht, damit ist keine Chance vertan, sondern möglicherweise auch eine Chance gewonnen, dass man nämlich einerseits den eigenen Lebenslauf erstmal dahin überprüft, bin ich vielleicht derjenige, der auch sofort ins Erwerbsleben möchte oder zumindest ein paar Jahre später dann zu sagen, mir fehlt jetzt noch was, jetzt will ich das gezielt nacharbeiten. Fehlt da nicht zum Beispiel an den Gymnasien das, was an den Hauptschulen gemacht wird, so Berufsbildungskurse, Berufsfindungskurse? Das wäre mir zu pauschal, also Sie haben jetzt das Pech, dass ich bei der Bertelsmann Stiftung mich genau in diesem Feld auch getummelt habe und es gibt ja also sehr unterschiedlich, aber durchaus auch Gymnasien, die eine hervorragende Berufsorientierung, Berufsvorbereitung machen. Insofern würde ich das nicht vom Schultyp abhängig machen, sondern eher sozusagen vom Engagement der Schule selbst, aber auch der diese umgebenden Community, also da, wo die Unternehmen aus der Region großes Interesse haben, um die Schüler zu werben. Da gibt es mit so Instrumenten wie beispielsweise den Berufswahlsiegel, was auch in Baden-Württemberg auch sehr verbreitet ist, da werden auch Schulen dafür ausgezeichnet, dass sie eben eine exzellente Berufsorientierung machen und ich glaube, also das kann man nicht pauschal sagen. Noch Fragen? Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020